Willkommen zurück bei Expertenberaten. Jetzt will Ihnen mein Kollege ein paar kleine Übungen zeigen, wo wir den Cologne von der Firma Do Your Fitness, die Kettlebell, in Aitschinsäen werden. Mein Kollege zeigt Ihnen gerade die Übung Clean and Press mit dem Kettlebell, bei der hauptsächlich die Arm- und Oberkörpermuskulatur benutzt wird. Die nächste Übung, die mein Kollege Ihnen zeigt, beansprucht die Beinmuskulatur wie auch den Rücken und nennt sich Kettlebell Deadlift. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Einblick in die Trainingsmöglichkeiten mit dem Cologne von der Firma Do Your Fitness geben konnten. Wie gesagt, es gibt ihn auch in anderen Gewichten. Bis zum nächsten Mal bei Expertenberaten.